Ja, eigentlich ist schon nach dem Video, aber das hier kommt nochmal vor dem Video. Ja, wenn ihr Lust dazu habt, ich möchte keinen überreden, aber wenn ihr Lust dazu habt, solchen Leuten zu helfen, ich spende meine Arbeitskraft bzw. meine Arbeitsleistung und meine Zeit, um solchen Leuten zu helfen, die weniger Geld haben, die unverschuldet in Not geraten sind, die auf ihre Autos angewiesen sind, die hier auf dem Land, ihr kennt das selber, wenn ihr auf dem Land wohnt, du kommst nirgendwo hin, ist auch kein Job irgendwo möglich ohne ein Auto, deswegen mache ich das. Ja, wenn ihr spenden wollt, in meiner Kanalbeschreibung ist ein Spendenlink, es kommt auf jeden Fall solchen Leuten zugute. Die letzten Leute, die gespendet haben, das waren 30 Euro oder sowas in der Richtung, ist jetzt auch in das Auto geschlossen. Also, ich behalte das nicht für mich. Das ist nicht meine Baustelle, sowas zu behalten. Das sind alles Sachen, da werden Werkzeuge von angeschafft. Wenn ich irgendwas brauche, mal eine Lampe mehr oder sowas in der Richtung, das kommt solchen Leuten zugute. Ich komme mit meinem Werkzeug grundsätzlich aus für meine Fahrzeuge, aber manche Sachen muss man eben ergänzen, um solche Arbeiten zu machen. Ja, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, einfach den Spendenlink benutzen, wenn nicht, auch gut. Ihr guckt das Video, ihr macht ein Like drauf und das hilft auch schon. Alles klar, dann viel Spaß beim Video. Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben, können ja andere gerne fahren, mir ist egal was andere machen. Doch ich stehe halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker, ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding, doch weil ich alte Autos fahr, bleib dich heute schon bestimmt. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhalte ich, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Da ist er. Hurra. Ein Lupo. Ein Liter MPI, wie man sieht. AUC Motor. Die gute Dame hat schon einen neuen Scheinwerfer von mir gekriegt. Der muss mal ein bisschen leuchten, sehe ich gerade. Einfach ein bisschen Feuchtigkeit gezogen. Der war bei mir hinten in Schuppen gelagert. Offen. Also ganz praktisch, wenn der jetzt mal ein bisschen leuchten würde. Aber, nach der Nachricht bezüglich des Zahnriemens, hat er das Ding wie überstehen lassen. Ist vielleicht auch besser. So. Ja, also wie gesagt, der Zahnriemen ist überfällig gewesen. Die Luftfilter habe ich euch schon gezeigt. Der hat ja zwei. Also damit war dann nichts mehr los. Damit macht man sich auch so richtig schön die Ansaugbrücke dicht. So läuft der Motor super. Wir haben auch schon ein paar Kilometer runter. Warte mal. 261.000 Kilometer. Und ich sehe nur einen Zahnriemenaufkleber. Schlechtes Zeichen, oder? Ja. Die gute Frau hat kein Geld. Kann passieren, ne? Nach familiären Schwierigkeiten und sowas, alles in der Richtung, kann es schon mal passieren, dass man da ein bisschen in die Notlage gerät. Das kann jedem passieren, ne? Ja. Der Wagen muss zum TÜV. Der ist im Dezember abgelaufen. Deswegen, sie hatte mich gefragt, über Bekannte, ob der Wagen durch den TÜV geht. Grundsätzlich ja. Aber die Luftfilter, der Zahnriemen, den zeige ich euch gleich, das muss ziemlich schnell gemacht werden. Sonst war es das mit dem Auto. Also, wie gesagt, die Dinger halten auch länger als 300.000 Kilometer. Das lohnt sich durchaus. Und so gut wie der läuft, kein Ding. So. Dann wollen wir jetzt mal gucken, dass das losgeht. Ja, bezüglich kein Geld, um sowas zu machen. Sie hat die Teile bezahlt. Zahnriemenbesatz und die Luftfilter. Erstmal. Zündkerzen habe ich hier erstmal sauber gemacht. Ja. Ich mache das also durchaus auch mal einfach so. Am Ende ist so ein Zahnriemenwechsel nicht wirklich aufregend. Ich weiß, viele Werkstätten machen dann riesen Bohai drum und teuer und das dauert Jahre. Und ja, damit verdienen die mit ihr Geld, um solche Panik zu verbreiten. Also mit solcher Panik. Viele Werkstätten machen das einfach so. Am Ende kann man so ein Zahnriemen aber auch wirklich seriös für 250 Euro plus Material wechseln. Das ist kein Witz. Es ist nichts besonders Aufregendes dran bei so einem Auto. Ich habe schon die unmöglichsten Summen gehört. Der letzte, der irgendwo angefragt hatte, ich glaube, das war irgendwie ein Forum oder sowas in der Richtung, der sollte 1000 Euro bezahlen. 1000! Zahnriemen und Luftfilter, beide zusammen, 93 Euro. Guck mal, das ist eine Entlüftung raus. Ja. Da wechsel ich gleich die Luftfilter. Der kommt jetzt noch zur Seite. So, jetzt sehen wir den Motor. Das ist wie gesagt die modernere Bauart, AUC. Nennt er sich? AUC ist der 1 Liter, AUD ist der größere. 1,4 Liter mit 60 PS, der hat 50. So, der Zahnriemen. Ist hier zu sehen. Die Abdeckung sind drei Klammern. Habt ihr jetzt gesehen. So, als allererstes, wenn man hier drüber fühlt, man merkt die Rippen. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. So, man merkt schon wirklich die Rippen. Also es ist wellenförmig. Hier unten sind ja die Rippen, also die Zähne vom Zahnriemen. Und die drücken sich hier oben schon durch. Dann ist hier reichlich Abrieb drin. Vom Zahnriemen. Nächster Indikator. Ist, wenn wir mal eine Etage tiefer gehen. So, ein bisschen mehr Licht. Auf die Seite. Genau. Der nächste Indikator ist, man darf den nicht so einmal um sich selber drehen. Dann ist er durch. Hier sieht man es schon ganz gut. Der ist richtig fertig. Der muss stramm sein. Das ist zu viel. Okay. Was müssen wir bei dem Motor machen? Wie man hier jetzt sieht. Wie man hier jetzt sieht, geht der Zahnriemen hier hinten lang. Geht hier vorne rum. Verschwindet da unten und kommt da hinten wieder hoch. Logischerweise ist ja ein Kreis. So. Das Motorlager muss raus. Und um unten an der Kurbelwelle zu schrauben, muss der Motorstück abgesenkt werden. Also der Motor muss auf jeden Fall hier auf dieser Seite gelöst werden. Das ist elementar wichtig. Gut. Wir setzen mit einem Holzstück einen Wagenheber drunter. Macht ihr in der Garage genauso. Ich könnte jetzt den Motorkran rausholen. Und den hier dran praktisch aufhängen. Mache ich jetzt nicht. Soll ja nachvollziehbar sein. dass ihr das auch zu Hause hinkriegt. So, Rampen drunter weg. So, Rampen drunter. So, Rampen drunter. So, Rampen drunter. So, Rampen drunter weg. So, ja nachvollziehbar ein productivity von So, Bock drunter. Das sind immer so Sachen. Dann halt mit der Axt. Was passiert, wenn man einen Nonlängen-Felgen mit irgendwelchen komischen Distanzringen für die Narbe kauft. Ja, passiert auch bei anderen Felgen, aber in dem Fall war das so. Gut, Wagenheber drunter, Holzstück. Für die Ölwanne nicht eindellen. Jetzt kommen die Kollegen ab. Motorhalter. Sechzehner. Dreizehner. So. 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 Schrauben lassen wir drin stecken und legen das so zur Seite. Dann fällt uns hinterher noch ein, wo der ganze Kram hingehört. Nochmal der Sechzehner. Ich meinte das übrigens damals in dem Autoduktoren-Video wirklich ernst. Also den Motor hier baust du in einer Stunde aus und wieder ein. Kein Witz. Kein Witz. Das war nämlich jetzt der Motorhalter. Wenn man nicht rumpimmelt und ordentlich schnell arbeitet, dann funktioniert das nämlich auch. Ja. Mal gucken, noch ein Öl. Sprit. Aber klar, Kurzstrecke. Die Kiste wird nur in der Kurzstrecke gefahren. Das ist das Blöde. Ja. So. Jetzt haben wir jetzt praktisch hier, können wir den Zahnriemen drum herum fädeln. Hier nochmal ein bisschen mehr Licht. Jetzt ist der Motorhalter ab. Jetzt haben wir da unten da noch eine Klammer. Die vergisst man nämlich immer, wenn man unten den Zahnriemenhalter auf der Unterseite löst. Vergisst man den ständig. Da ist eine 10er Schraube drin. Und zwar da unten, wenn ihr jetzt das Plastikteil seht. So. Mal da reinleuchten. Genau so. Das Plastikteil seht, ist hier. An der Stelle ist noch eine 10er. Die machen wir von oben. Kleine Ratsche. Zähne. Da bin ich mal kurz. Ich nehme den Zahnriemen. Ich nehme den Zahnriemen. so ich denke das war es von hier oben im großen und ganzen jetzt müssen wir gleich den kalrippen riemen entfernen auch jetzt nicht so kompliziert machen wir von unten ok bis gleich ja jetzt sind wir im rathaus der ganze blödsinn findet hier hinter dieser abdeckung statt die müssen wir unternehmen dazu schnappe ich mir einen sehr großen schrauben drehe das sind diese großen metall dinge die aussehen als könnten sie mutter sein sind aber keine so da haben wir es um zu verdeutlichen was ich meine die dinger gerne viele versuchen die zu drehen das sind einfach nur dinger die man drauf steckt auf diese bolzen hier jetzt draufstecken wieder nicht runter diese bolzen hier so wie man jetzt sieht haben wir da im bus die riemenscheibe muss runter so jetzt brauchen wir einen passenden ebenbus den schlag schrauber weil sonst kriegst du die scheiß dinge nicht runter und zuallererst ein bisschen rostlöser weil die sind wirklich übel die dinge die klaren hier die spannrolle müssen wir gleich auch ich sehe schon der keilrippenbriemen sieht gar nicht gut aus so was wir auch gleich brauchen sind die üblichen gekröpften schlüssel weil nur die passen hier unten auf die kurbelwelle mit diesem sternmuster sozusagen also ein 16 gekröpft kann ich relativ einfach das ganze ding hier unternehmen lassen wir mal gleich so hängen brauchst du jetzt nicht rausnehmen der ist grundsätzlich fertig also von daher so ein 6er und das ist der 6er die nüsse habe ich mir extra gekauft die sind wirklich hochfest das ist in dem fall hz für manche sachen lieber richtig in die tasche greifen weil wenn euch deswegen wegfliegt könnt ihr euch selber ausrechnen kurbelwehen scheibe da ackerste nicht so gerne dran rum so als nächstes klopfen wir mal kurz an gucken ob er zu hause ist immer erst anklopfen sagt er wenn die kaputt gehen ist das immer richtig uncool die werden auch mit schraubensicherung wieder montiert nur so als hinweis ja die hat wirklich jeder schon mal rund gedreht ich auch deswegen habe ich mir das angewöhnt das niemals ohne schlagschraube zu machen und wie gesagt vorher einmal anklopfen lieber vorher einmal anklopfen wenn es versucht das ding rutscht durch habe da den salat dann könnte er nämlich dran rum flexen schlitz rein flexen und weiß der teufel was nicht noch alles machen bis das ding da draußen ist sind vier stück habt ihr gesehen jetzt kann ich die kurbelwellenscheibe runternehmen die kann auch nur in einer position auf dem dorn mit dem fünften loch hier montiert werden so jetzt sehen wir den unteren teil des zahnriems hier seht ihr den zahnriemen unten auf der kurbelwelle jetzt müssen wir uns jetzt 10er schnappen und die abdeckung unternehmen also wie gesagt wenn man mit einem metallbaukasten als kind gespielt hat dann könnt ihr auch hier ein zahnreben machen das ist ja auch hier ein zahnreben das ist nicht das problem das jetzt sind wir hier fast bei standard werkzeug bis auf das ding da den großen im bus ist alles nicht so wahnsinnig aufregend also nicht erzählen lassen dass da irgendwie eine doktorarbeit bei geschrieben wird bei dem zahnrebenwechsel das ist recht simpel bei diesem auto hier gibt es noch nicht mal absteck werkzeuge gibt es einfach nicht da jetzt kann man mit dem teil was keiner mag sehr unsympathisches gerät so jetzt seht ihr hier die spannrolle hier da ist die spannrolle und dahinter der spannrolle seht ihr noch eine schraube die da müssen wir jetzt auch noch aus popeln das bedeutet spannrolle auf spannung wenn es geht sichern wenn man kann die irgendwie sichern mit so einem pin ich mache es einfach anders ich drehe die einfach und schraube das ding raus fertig ich müsste wahrscheinlich die spannrolle ausbauen mal gucken ob die noch zu retten ist die hat irgendwie auf der hälfte der stricke blockiert die abdeckung und gerne vergessenes teil da oben drin steckt sie dass die spannrolle die lösen wir jetzt gleich aber erstmal drehen wir den auf ot oberer todpunkt dazu schnappen muss den großen gut dann wollen wir mal den großen schlüssel nehmen 19 da war schon und genau t also hier oben sind alle zähne gerade bis auf einen der ist angefasst dann sieht man hier auch und hinten seht ihr so eine strebe und zwar diese da die linke strebe da muss er hin also die eine die rechte strebe geht vom guss her nicht weiter runter bis zum zahnkranz sozusagen die andere geht mit ich ziehe euch mal näher ran dann seht das vielleicht besser so jetzt seht ihr den zahn den abgeschrägten ihr seht das jetzt nicht genau gerade mal gucken ob ich da irgendwie ein bisschen gerader dran setzen kann so licht so jetzt seht ihr den angefassten zahn der ist gelb und da drüber diese gust strebe auf den einstellen nicht auf den anderen das ist okay jetzt müssen wir oben gucken ob das wirklich ot ist oder sind ot noch einmal durchdrehen den motor seht ihr jetzt gleich was ich meine jetzt hier oben stimmt nichts hier unten der kollege hat ein gegenpart hier oben drin ist eine spitze also wird feilen der muss hier oben eigentlich ist das ein körnerschlag ich tippe mal auf hier oben wo es gelb ist hier ist ein bisschen gelb angekreidet schauen wir mal wir drehen jetzt einmal komplett durch dann sollte das stimmen oder und 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 steht da wieder oben jetzt steht er genau wieder drauf und oben gucken jetzt der gelbe bereich an dem dingen dran ja jetzt stimmt das hier ist ein körnerschlag drin mal eben näher daran ziehen da unten ist ein kleiner körnerschlag drin seht ihr denn und der muss mit dem hier unten übereinstimmen dann ist okay das ist genau zwischen zwei zähne ok hergestellt jetzt vielleicht ein bisschen braucht ein bisschen mehr licht jetzt lösen wir die spannrolle sollte von der theorie hin 13 also den können wir jetzt unternehmen da ist recht unkompliziert außer wenn das ding nicht von der runter fällt ja so lang wie der schon ist der zahnriebe normalerweise kennt man der ketten länger in dem fall ist der zahnriebe länger geworden ich bin natürlich auch die steuerzeiten nicht mehr ja die ist auch fertig aber so wichtig und jetzt haben wir ihn nach oben ausziehen jetzt pumpen wir den motor ein bisschen hoch oben dann brauchen wir hier nicht rumfummeln mit dem zahnriemen am motorhalter entlang so da ist er ja komplett rissig ich versuche es mal ranzukriegen kriege ich nicht richtig ran da ist auf jeden fall rissig das wellenmuster hat mal drüber gesprochen die haben sich schon richtig durchs gummi durchgearbeitet und hier an der seite sieht man es auch relativ gut der fokussiere geht mir auf die nerven ja man sieht dass er wellenförmig ist ja der ist also mehr als dahin geschieden eigentlich ist er ziemlich tot so zahnriemen in die ecke kann man zum schrauben und ölfilter lösen immer noch gebrauchen das ding nicht wegschmeißen ja die ist auch am ende hört ihr das ist das lager also hatte kein gut haben mehr so lebenstechnisch gesehen na gut die wasserpumpe zu filmen wird äußerst schwierig mal spannend ob ich da überhaupt dran komme die wird noch lustig ist ja doof gemacht die schrauben falls es jemand interessiert ist ein sechster im bus ach so da kommt jetzt wasser raus verdammt ich brauche ein auffangbehälter da braucht wasserpumpe heißt das ding verdammt so dann wollen wir mal schauen geht sogar gar nicht so fest wie ich dachte lohnt sich auch nicht die wasserpumpe sich die wasserpumpe zu sparen übrigens ne also er ärgert euch ein wolf das ding quasi eine woche nach dem zahnriemenwechsel die grätsche macht es hat überhaupt keinen mehrwert fangt wieder mit dem ganzen scheiß wieder von vorne an kostet jetzt nicht die welt so ne wasserpumpe wie gesagt ich habe für die teile für dieses auto jetzt bezahlt ich glaube 93 euro sollte im internet sogar noch billiger sein also von daher mit dem halter rausholen hier wird die gegend geschraubt die wasserpumpe da kommt die andere schraube jetzt wieder rein legen wir hier oben hin das ist der halter für das kunststoffteil ein bisschen hebeln ein bisschen hebeln hinten raus will sie gut das ist eine kunststoffpumpe wir haben die lampe etwas umhängen so hier die mit den kunststoffrädern gefallen mir eh nicht deshalb habe ich die auch nicht genommen hört ihr das das lager ist schon fertig also die wäre in zukunft richtig zu problemen geworden ja schlecht wo ist eigentlich die gummidichtung abgeblieben da war doch eine das sieht mir noch stark nach erster wasserpumpe aus ernsthaft guck ich gleich mal ja das ist der rest von der dichtung metallflügelrad die mit kunststoffer baue ich nicht mehr manchmal drehen die durch und dann hast du den salat die dichtung die sitzt eigentlich hier in diesem in dieser vertiefung drin und klebt nicht am motor mal gucken an der wasserpumpe ob das die erste ist vw die erste wasserpumpe war 256.000 von der wasserpumpe bin begeistert spricht für die fahrzeugqualität von der wasserpumpe ich habe die jetzt nur auf den boden gelegt nur auf den boden gelegt sofort ist ein stück rausgeplatzt die hat es hinter sich aber ganz weit alle relativ günstigen autos haben immer das gleiche problem das ist auch franzosen gerade renault und sowas alles in der richtung die autos sind zu billig die werden spätestens bei dritter hand nicht mehr gewartet ja dann gibt es dann hinterher solche dusseligen sprüche wie von wegen gott schütze uns vor sturm und wind und autos die aus frankreich sind gibt das gleiche dumme quatsch auch über englische autos am ende ist es pflege und nur pflege es gibt autos die sind kompliziert ja aber es gibt auch besitzer die sind noch wesentlich komplizierter so solche dichtflächen gehen wir nur mit hylomar ne viele kennen das damit die dichtung nur da drin bleibt mehr nicht einmal drum rum nicht so viel dass das irgendwie in den kühlkreislauf quillt geht nur darum dass die dichtung darin festgehalten wird mehr nicht weil spätestens beim 781 mal wo die dichtung darunter gepurzelt ist fliegt die wasserpumpe und das wollen wir ja nicht so und jetzt bleibt das da drin weil es gibt immer klugscheißer die meinen bloß kein dichtmittel das ist unheilig beruhigt euch ihr könnt euer eigenes auto ja ohne dichtbild zusammenbauen und dann die wasserpumpe nicht werfen mir ist das egal ist aber wahnsinnig nervig wenn die dichtung ständig darunter fliegt ergo mach ich das so punkt so 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 also wie gesagt ist keine zauberei neue wasserpumpe nach den neuen zahndriegen wo einzubauen nichts weiter als ein großer metallbaukasten nur dass man sich daraus kein flugzeug baut in erster linie geht es darum kein kühlmittel darauf zu haben weil das kühlmittel macht euch wir haben eine neue spannrolle ein nägel nun zahlen die schraube der mutter und unterlegscheibe das verstehe ich noch nicht so ganz wasserpumpe mitnehmen wollen ja niemanden vergessen oben unten alles super ok jetzt halten wir hier fest ziehen einmal kräftig nach unten so dass das ding bleibt dann gucken wir mal bei unten zähne finden steuerzeit gucken sich ein bisschen bewegt ja jetzt passt das wieder ok gut dann wollen wir mal die spannung und alles einbauen dann haben wir es gleich wie man jetzt sieht sieht man alles von unten jetzt nehmen wir den riemen noch mal hier runter gegen den da oben drüber über die wasserpumpe da oben sieht man jetzt die wasserpumpe da drüber ist die wasserpumpe richtig hier ist die spannrolle über diesen kleinen kollegen hier wird die gespannt da kommt der 6er im bus rein mal gucken dass sie sich ganz entspannt so es ist die ganz entspannt wir wollen ja noch nicht spannen oben drauf oben mal festhalten ok ok also okay okay d d d d d was irgendwie geht unter die kurve ja unten ist auch auf ot oben auch schön so jetzt heißt es einmal durchdrehen beziehungsweise genauer gesagt zweimal durchdrehen die nockenwelle 30 halbes mal die kurve einmal ja also zweimal durchdrehen aber erst mal kriegt die spannrolle da und ein bisschen spannung nicht dass uns der riemenwelle wegfliegt so ja 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 so oben gucken ja oder ich bin noch nicht ganz auf ot noch mal gucken da bin ich auf ot hier bin ich auch auf ot also doch ja gut jetzt machen wir die spannrolle fest und dann sehen wir uns gleich wieder so der mutter hängt immer mehr auf dem wagengeber packen wir jetzt erstmal den ganzen krämpfe hier raus weil der zahnräger schon offen ist so als allererstes machen wir jetzt mal den stecker von der zündung ab und drehen den motor mit dem anlasser durch ist noch nichts draht kann nicht maschine kann nichts also es ist auch noch runter gerade entdeckt dass der komplett mürbe war wir gucken jetzt erstmal ob er läuft kühlmittel habe die auch schon aufgefüllt aus der auffangwanne und ein bisschen ergänzt ein bisschen läuft immer daneben das kann man sich abschminken dass da alles drin landet gut drehen wir mal das hört sich gut an gut kompression dabei gucken wie gesagt er hängt immer noch auf dem wagengeber ist noch gar nicht fest sieht er ja auf der linken seite das war ein zahnrägenwechsel den rest einbauen umgekehrte reihenfolge das war es motor läuft wieder hätte ich jetzt nicht gefilmt hätte ich effektiv eine dreiviertel stunde stunde gebraucht von daher lasst euch nicht solche geschichten erzählen dass 1000 euro kostet wenn das 1000 euro kostet müsst ihr den einfach nur sagen ja dann beeilt euch mal ein bisschen vielleicht wird es dann billiger das ist keine hirnchirurgie nicht wirklich kompliziert nicht wirklich kompliziert so der nächste tag wie schon erwähnt habe der keilriepenriemen ein bisschen näher zu kriegen ihr seht das ne grand canyon komplett durch das bedeutet er hält auch nicht mehr lange da gibt es einen neuen drauf es macht keinen sinn jetzt den zahnriemen zu wechseln die spannrolle habe ich noch repariert vorgespannt gekriegt habe oben eine andere rolle drauf gesetzt wo das lager ein bisschen besser ist wie gesagt hier ist kein geld vorhanden ich mache das kostenlos mit dem zahnriemen die teilekosten sind irgendwie zusammengekommen aber die werkstatt ihr wisst selber was ein zahnriemen kostet in einer normalen regulären werkstatt wenn ihr keine ahnung von nichts habt seid ihr schnell 600 euro los das ist für meine begriffe wucher ihr habt gesehen wie wenig aufwand das ist im grunde genommen so ein auto fertig zu machen ja der zahnriemen ist angeliefert worden habe ich gestern abend noch bestellt 25 euro 40 plus 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 gelegentlich auch mal minus kommt immer darauf an was für teile das sind ja man sollte schon eine marke nehmen es bringt überhaupt nichts ohne lichtmaschine hier auf dem land irgendwo hängen zu bleiben das macht keinen spaß gerade bei benzinern ihr wisst das selber die zündung braucht strom irgendwann trittet ihr auf die bremse und die karre geht aus und das war es dann mitten in der pampa und hier fahrt ihr durchaus mal eine stunde durch nichts deswegen ist das ganz schön wenn so ein auto auch funktioniert und der riemen nicht reißt deswegen dieser zermürbte antriebsriemen der kommt da nicht mehr rein gerade weil hier viel über land gefahren wird in der stadt scheiß der hund drauf da hat er rechts ran fahrt mit dem bus weiter aber hier stehst du dann erstmal 3-4 stunden und bei guter position habt ihr dann auch kein handy empfang deswegen müssen die autos hier einfach funktionieren ja zusammenbau natürlich in umgekehrter reihenfolge ist jetzt nicht wahnsinnig geheimnisvoll der motor geht wieder runter jetzt habe ich kühlmittel nachgesaugt ja der muss nachher unbedingt einmal warm laufen und dann mal gucken wie sich das kühlmittel verhält sollte aber ungefähr passen ist genau zwischen minimum und maximum ja ja sehr schön ja die spannrolle die habe ich jetzt gesichert gekriegt hier sieht man das wie man die sichern kann so kannst du die jetzt einbauen die ist von hinten ist die verschraubt hinter dem generator das war die beste rolle die ich gefunden habe die andere war schon ganz schön am malen ja und das federpaket hier hinten ist aus einem anderen loko die die drin war war wirklich komplett im eimer ja aber immer wieder beeindruckend um zu sehen wie lange die Sachen halten das ist schon nicht schlecht gelegentlich so beim zusammenbau nehme ich euch nicht mit ihr habt es ja gesehen im grunde genommen ist das gleiche in grün und rückwärts die abdeckung wieder drauf also diese hier für unten kommt wieder drauf dreifach verschraubt sieht man hier auch ganz gut da ist eine da ist eine und oben ist eine kann man nicht viel falsch machen wir sehen uns gleich wieder so wir haben gerade noch mal eben das kühlmittel probiert äh getestet muss gar nicht mehr nachgefüllt werden passt ja gut zu geht auch die leuchte bleibt auch aus jetzt ein bisschen mehr leistung muss ich sagen also der zahnriemen der andere war schon verdammt lang ja läuft gut ja hat wesentlich mehr leistung zahnriemen war schon echt lang das merkt man echt bei ihm hier also bei dem 1 liter motor und dem 1,4 liter motor merkt man das wirklich wenn der zahnriemen verschlissen ist der kriegt immer weniger leistung wenn er immer länger wird ne so ich denke das war's die gute frau kommt gleich holt ihr auto ab und wenn nächsten monat wieder geld da ist werden die restlichen sachen gemacht der eiert wahnsinnig die stoßdämpfer sind glaube ich alle durch so mal gucken das soll halt irgendwie geld zusammen kriegen ja mal sehen irgendwie muss das ja funktionieren weil angewiesen aufs auto ist sie hier ist halt nichts los ohne auto hier mit öffentlichen verkehrsmitteln kommst du hier keinen meter das wird nix tja gut dann verabschiede ich mich von euch wünsche euch ein schönes wochenende wir sehen uns das nächste mal bis zum nächsten mal wir sehen uns das wir haben es wir es wir Bis zum nächsten Mal.